Viel Platz, bares Geld und Strom sparen Sie mit diesem cleveren KVM-Switch. Dank der kompakten Box bedienen Sie bis zu zwei Computer mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem Monitor. Per Tastendruck am Gerät oder via Tastenkombination auf der Tastatur schalten Sie ganz einfach und komfortabel zwischen den beiden Computern hin und her. Die Status-LEDs geben Auskunft, welcher Computer gerade mit den Peripheriegeräten genutzt wird. Super praktisch und effizient. Bestellen Sie noch heute den KVM-Switch für zwei PCs.